Die Lüfter spitzeln, bündeln den Luftstrom und verhindern somit Luftverwirbelungen. Gale Talon Fan Blades. Die neu entwickelten Lüfterblätter leiten die Luft in den Kühlkörper und sorgen für einen ruhigen Airflow. Die angewinkelten Lamellen sorgen für eine vergrößerte Kontaktfläche, wodurch der Luftstrom gleichmäßig weitergeleitet wird. Die Heatpipes sind mit durchschnittlich 6 und 8 mm in zwei unterschiedlichen Größen verbaut, um die Wärme optimal für eine außergewöhnliche Kühlleistung auch unter extremen Bedingungen abzuleiten. Die antioxidative Vapor Chamber wurde für eine ausgeglichenere Wärmeverteilung entwickelt und um die Wärme effizienter von den Innenkomponenten auf den Kühlkörper zu übertragen. Genießen Sie die Stille während der üblichen Arbeitsbelastung einer Multimedia-Anwendung. Die Metall Backplate bietet durch präzise Ausschnitte maximale Kühlung. Außerdem ist die Gravur auf der Backplate ein weiteres Highlight der Grafikkarte. Die Anti-Gravity Plate mit optimierter Größe bietet den bestmöglichen Schutz und Stabilität für die Grafikkarte. Das neue adressierbare RGB erlaubt es, die einzelnen LEDs individuell anzusteuern. Durch die Kristalloptik der GameRock-Serie schimmert die ARGB-Beleuchtung optimal durch die Vorderseite der GPU. Individuelle Anpassungen können durch die Palette Thundermaster Software vorgenommen werden. Beim genaueren Hinsehen kann man das Funkeln der schwarzen Kristalloberfläche erkennen, was die Grafikkarte zu einem absoluten Hingucker macht. Insbesondere wenn die ARGB-Beleuchtung angeschaltet ist, wirken die Kristalle wie ein Kaleidoskop. Ohne weitere Software-Einstellungen kann die Beleuchtung ganz einfach mit nur einem Kabel mit anderen ARGB-kompatiblen Geräten synchronisiert werden. Das neu adressierbare RGB lässt sich optimal durch die neue Palette Thundermaster Software steuern. Wenn Sie das Gerät kaufen möchten, dann schauen Sie gerne in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie Links mit den aktuellen Preisen und der aktuellen Verfügbarkeit. Und hier sind die Ergebnisse der Spieletests. Die Tabelle zeigt die durchschnittlichen FPS in anspruchsvollen modernen Spielen für drei Bildschirmauflösungen 1080p, 1440p und 4K. Alle Tests wurden mit maximalen Grafikeinstellungen durchgeführt. Wenn Sie also mit den Grafikeinstellungen im Spiel herumspielen, können Sie noch bessere Ergebnisse erzielen. Teilen Sie Ihre Meinung zu diesen Ergebnissen in den Kommentaren. Werfen wir einen Blick darauf, was Kunden über diese Grafikkarte geschrieben haben. Negative Aspekte. Schwer und sperrig. Nicht so praktischer Stromanschluss. Es verbraucht Last. Und das sind die positiven Seiten. Schnell. Absolut leise. Die Leistung ist sehr gut. Möglichkeit, das Board zu konfigurieren. Nvidia Software Paket. Fertigungsqualität ist gut. Durchdachte Stütze zum Ausgleich der Karte. Damit ist unser Test nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin.